Dies ist der Schub. Haben die Kinder von heute noch genügend Zeit für Pausen? Aber natürlich, für was gibt's Disneys große Pause? Denn nur in den Pausen macht das Leben richtig Spaß. Disneys große Pause. Gleich. Ja klar, ganz logisch. Film nicht. Ja! Es gab Zeiten, als Mr. Incredible jeden Tag die Welt retten musste. Manchmal wünsche ich mir ein ruhigeres Leben. Mal entspannen und eine Familie gründen. Und was macht unser Ex-Superheld jetzt? Na klar, darauf warten, dass etwas Unglaubliches geschieht. Wir haben für Sie eine neue Mission. Seid bereit für die Rückkehr der Superhelden. Kinder, ich hab mich gesagt, wir sollen euch anschnallen. Erlebt die Abenteuer einer unglaublichen Familie. Super duper, Dad. Die Unglaublichen. Dienstag, 13.30 Uhr. Sommer voraus im Disney Channel. Gleich. Cosmo und Wander. Der ist neu. Den Dachzeitreisen? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Was? Zum Filmstart von Triff die Robinsons verlosen wir zweimal fünf Kinofreikarten für die ganze Familie. Megamäßig. Beantwortet einfach folgende Frage. Wo leben die Robinsons? A. In der Zukunft oder B. In der Gegenwart? Ruft jetzt an unter 0800 800 16 00. Coole Sache! Unser Zeitreise-Gewinnspiel im Disney Channel. Disney 365 – Deine Stars fürs ganze Jahr Hallo zusammen, es ist Party-Time. Das Disneyland Paris feiert 15. Geburtstag und überall im Park warten spannende Überraschungen. Das ist der neue Crush Ride. Nach dem Film findet Nemo. Und wie soll aus Tonnen von Stahl ein wildes Unterwasser-Abenteuer werden? Die Bahn besteht aus zwei Teilen. Der erste ist langsamer und durch das Schwarzlicht eher geheimnisvoll. Dann wird es schlagartig zu einer atemberaubenden Achterbahnfahrt. Es geht ab wie auf dem Rücken von Crush durch die ost-australische Strömung. Und schon bald wird dieser riesige Metallknoten in den Tiefen des Ozeans verschwinden. Urlaub gefällig? Warum nicht im Hollywood Tower Hotel, dem größten Bauprojekt in den Walt Disney Studios? Die Disney Imagineers versprechen kurze Wartezeiten beim Check-in. Das Tower Hotel ist ein glamouröses Hotel der 40er Jahre aus der goldenen Ära Hollywoods. Mit sagenhafter Einrichtung. In diesem Schacht werden 21 Gäste mit Anschnallgurten in ihrem Fahrstuhl gesichert in 40 Meter Höhe gefahren. Runter in die Lobby geht es dann im Höllentempo. Schneller als im freien Fall. 13 Stockwerke in einer Sekunde. Kein Grund für Beschwerden an der Rezeption. Kunstvolle und präzise Vorbereitung ist nötig für die Once Upon a Dream Parade im Magic Kingdom. Die Parade erzählt von sieben verschiedenen Träumen. Fantasievolle Modelle dienen als Vorlage für sieben gigantische Paradenwagen. Sie werden später auf den Wegen rund ums Schloss von Tänzern und Akkobaten begleitet. Die Menschen können mal Pause machen. Einfach entspannen und träumen. Auf der größten Party des Jahres. Diese Husky-Horde hat Faustdick hinter den Ohren. Für Tänz bedeutet das Durchhalten. Dämmliche Güter. Sie müssen ihm zeigen, wer der Bosch hilft. Zum ersten Mal bei uns. Snow Dogs. Acht Helden auf vier Pfoten. Am Samstag, 18.30 Uhr. In the wonderful world of Disney. American Dragon. Gleich. Hey Leute, kennt ihr schon meinen neuen Trainingspartner? Ja? Ihn. Glaubst du, der Osterhase schafft wirklich ein volles Drachentraining? Er macht's doch nicht schlecht. Ah, Hilfe! Aua! Was nun? Fällt Ostern wirklich aus? Haha, da lachen ja die Hühner. Jetzt muss ich Ostern retten, Drache erwache! American Dragon rettet Ostern. An Ostern im Disney Channel. Wollt ihr wissen, wie's bei Cory weitergeht? Hier ist ein kleiner Ausschnitt. Wieso hast du diese Sachen an? Und tanzt du dieser wilde Musik? Sieht so für dich lernen aus. Wir lernen doch gar nicht, Botschafter P. Das ist nur ne Ausrede. Einfach Cory. Immer Samstag 15 Uhr und die Wiederholung Dienstag 20 Uhr 15. Im Disney Channel. Es gibt Momente, die ihr nur mit euren Freunden erleben könnt. Ich werde nie genug davon treten. Es gibt Augenblicke, die echt magisch sind. Das ist, das ist so was von cool. Come on with me, come on with me, let's talk me, that can't be. Wir müssen zusammenhalten. Es gibt Filme, die einfach einzigartig sind. Bis später, Leute. Auf, auf und auf! Die Disney Channel Movies. Filme von uns nur für euch. Jeden Montag 20 Uhr 15. Spaß beim Disney Channel Movie. Nie wieder nachsitzen. Nie wieder Ohrfeigen. Nie wieder Stress. Nie wieder, nie wieder. Das ist völlig easy. Wirklich? Disney ist große Pause. Jetzt. Vorhang auf für Cody Stone. Let's do magic. Er ist cool. Er ist einmalig. Seine Zaubertricks außergewöhnlich. Becher können bei mir schweben. Und ich versuch's jetzt auch mal. Sein Publikum fasziniert. Die magische Serie mit dem Jugendmeister im Zaubern, Cody Stone. Magic Attack. Heute, 19.20 Uhr. Der Disney Channel präsentiert euch den Prinzen des Waldes. Bambi. So, das ist ja ein dolles Ding. Ich hatte gedacht. Entdeckt mit Bambi und seinen Freunden die Welt. Mit all ihren Gefahren. Und Überraschungen. Komm noch. Das kann ich auch. Disney's Meisterwerk. Bambi. Heute, 13.30 Uhr. Sommer voraus. Im Disney Channel. Die Echler. Ach, diese Familie. Die Brand-Neu-Serie im Disney Channel. Zwillinge auf Zack. Ab 1. August, 9 Uhr. Neu im Disney Channel.